Einbrüche. Ihr hört mich noch, oder? Ein Büschel. Okay. Da gibt es nämlich immer diesen Bug, dass ich... Ja, klar. Dass man mich nicht mehr hört. Geil, ey. So. Findest du das gut, was ich gemacht habe? Cindy? Ja. Machst du das lieber hier erstmal, weil sonst kann ich das ja nicht weiterbauen. Weil da kommen wir noch lange nicht hin. Ja, warte. Hier ist gerade so ein Loch. Ihr frisst das. Nein, ich habe eine vergammelte... Ja, die ist formlich. Ich wollte jetzt noch irgendjemanden kies, weil das ist nicht mehr mit. Hier, hier, hier. Na, okay, dann wollen wir hier bitte lassen. Das sieht ja sowieso keiner, wenn da eine Wand und der Boden hinkommt. Dann sparen wir Sandstern. Hä, wieso ist die... Ich tue mal meinen Sandstern hier auch noch rein, ne? Das reicht auch nicht. Dann... Ich brauche unbedingt viel mehr Sand. Ich brauche unbedingt viel mehr Sand. Ich brauche unbedingt viel mehr Sand. Da musst du ihm... Ja, da habe ich alles genommen. Bis umschwimmen. Das reicht alles. Ich brauche dieser Katrin bei mir nicht aufbauen. Ich mache mal Tage, okay? Sonst müssen wir uns hinlegen, das ist ätzend. Und wir haben gar nicht so viele Betten dafür. Und wollen wir gleich auch gar keine mehr. So, rennen, rennen. Ah, geil. Ich habe es aus Versehen symmetrisch gebaut. Das ist jetzt aber schlimm. Oh nein. Ich habe es einem Block falsch gebaut. Dann ist es doch nicht so möglich. Aber ich finde, hier, bei diesem Dirt hier... Ja. Ey. Hier, da könntest du vielleicht wirklich Sandstein machen. Nein, 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 dann spannen wir Sandstein, weil da kommt ja eine Wand hin. Ups, jetzt ist es schmerzt. Das sieht dann keiner. Dann spannen wir Sandstein, weil das sowieso nicht reicht. Das reicht sowieso nicht, das halb. Das ist ja Volker gar. Naja. Die Erde reicht übrigens auch nicht. Ah, die Erde reicht nicht. Ich habe ja nur ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Du brauchst nicht in die Kiste, ich brauche das. Du brauchst das? Ja, ich... Ja, hier, okay, hier. Wir brauchen ein Loch zu schließen. Können wir nicht ein paar Kühe schlachten? Ich sammle das alles wieder selber ein. Komm, Kuchen, wachse. Ja. Kuchen, wachse. Das finde ich unerwitzig, wenn man das so sagt, ey. 56-Fick-Holz haben wir jetzt. Hä, aus dem Kuchen hier wachsen irgendwie nur Kürbisse raus. Ja, das sind die, die schon kaputt gemacht wurden. Ja, so ist das Leben. Ich habe gehört, Kürbisse sind gesünder. Ja, die kann man auch nicht essen. Natürlich, wenn du Kuchen draus machst. Musst du im Minecraft-Ficky mal googeln. Nein, da brauchst du einfach nur, äh... Ich kann auch nicht mehr rennen. Da brauchst du einfach nur den Kürbis, Zucker und, äh... Oh, das leckt schon wieder. Genau. So, hört ihr mich? Das ist gut. Ja, wir hören dich. Ey, ich würde dir grad, grad Essen machen, aber... Die wollen etwas essen zu mich? Ja, schlimm. Ey, geil, jetzt... Du kannst erst noch mal im Inventar nehmen, wenn du... Wer vergiftet dich? Die vergiftet mich ja... Nein! Oh, du bist... Oh... Was tust du da, bitte? Ich komme da nicht rein. Wie sieht das denn aus? Cool, ich habe noch ein halbes Jahr zum Fett Essen mehr. Du hast den Kugelfisch gegessen, oder? Oh, komm, ich esse mal einen Kugelfisch. Mal gucken, ob da was passiert. Au, au, ist nichts passiert. Ey, den Kugelfisch wollte ich nicht... Ich hab noch mal bisher... Hast du grad den Kugelfisch gegessen? Super, Sandy. Der ist übel schlecht. Du isst erst mal einen Kugelfisch. Dann einen... Ich will echt... ... einen Kugelfisch. Gib mir Essen. Ich hab noch mal eine sehr... ... Regen, der Kugelfisch. Da hat jemand diesen... Ups, das wollte ich dir jetzt nicht geben. Oh, Essen. Das musst du mir geben. Bitte? No, no, no. Das ist das, was ich dir gegeben habe. Was? Das passt nicht. Ja. Autsch. Die Kürpise, meinst du? Ja, nee, nee, nee. Und das ist der Klaus-Sonne, oder hab ich noch Zucker, oder hab ich noch noch wieder Sand? Du brauchst das selber einen. Ich geh jetzt alles an. Hallo, Cindy. Das kannst du machen. Ich brauch wieder Sand. Das wirst du auch machen. Jawohl. Koch wieder Sand. Ja. Weißt du, was ich machen kann? Ich kann es gleich auf dem Anzug machen. Ah, warte. So, Knochenmehl. Tchut, 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 tchut. Tchut, tchut, tchut. Oh, ich hab Hunger. Oh, das Weizen. Dann hast du das. Verhunger. Oh, ich hab mir Weizen eingedammelt. Da ist noch ein Weizen. Aber nicht essen, sondern den kühlen Foto. Ich hab zwei Weizen. Warte. Weizen kann man ja auch essen. Ich hab immer gedacht, Brot kann man essen, aber Weizen. Achso, Leute, ich wollte noch mal kurz sagen, falls ihr mitmachen wollt, einfach auf den Teamfixer oder einen Kommentar hier einfach. Ein Video, äh, unter dem Video machen. Oder eine Privatnachricht schicken. Und ja, dann können wir da reden oder so. Was sollte ich irgendwann mal sagen? Ja, die waren da drin. Oh, jetzt hab ich schon wieder diesen 1 FPS Bug. Hallo, hört ihr mich? Okay, das ist gut. Ja. Ja, ne, eben nicht. Wir hätten schon gesagt, wenn wir dich nicht hören. Eben, und das war letztes Mal so. Dann würden wir es ja gar nicht merken. Ich rede und rede und rede, hör euch und ihr hört mich nicht. Super. Ich hab mal, ich hab mal die ganze Zeit mit irgendjemandem geredet und hab vergessen, Push-to-Talk zu drücken. Und ich so, warum antworten die mir nicht? Hä? Hä? Alter, das sieht cool aus, wie so ein Smiley, was ich hier grad gemacht hab. Was hier? Hier wird die Farm. Ja, damit wir eine größere Farm haben. Baut ihr hier in der Farm oder was? Ah, okay. Äh, ich mach mal Spitzhacken machen. Also ich würde mir vorstellen, dass wir es mit Schildermixeln machen. Warte, komm, warte. Wie heißt das Frame-Zeug? Äh, damit, also dass wir mal wegen ne Karotte reinlegen in diesen Bilder. Achso, ja, das mach ich. Hä? Warte. Okay, ich brauch unbedingt Sand. Ich geh jetzt mal selber fahren. Sonst irritiert man sich nur. Sand farmen? Ich kann nicht erzählen. Wo kann ich jetzt am besten Sand fahren? Ne, ne, noch nicht. Wo sollst du dann die Farm automatisch überschauen? Ich hab eine Idee, ich geh ans andere Ende. Die kannst du essen. Prosono, ich hab eine Karotte gefunden. Ich ess die jetzt. Äh, achso, dann bau aber die Sand immer dynamischer fahren. Das heißt, dass du nicht alles, ähm, so einen Block abbaust, sondern immer so, dass die Natur nicht kaputt geht. Ey, hier ist ein Huhn. Prosono, das Huhn ist draußen. Darf ich denn das kühlen? Prosono, hier steht ein Huhn auf dem Weg. Darf ich das töten und das Fleisch essen? Das ist Natur. Das ist Naturgebiet hier, Cindy. Waaah? Guck mal, ich hab eine Feder gefunden. Ups. Freche. Autsch. Freche. Ach, achso, ist es vom Himmel gefallen? Ja, hab ich gerade gebratenen Fisch in den Ofen gefunden. Achso, im Ofen hast du es gefunden. Nein, ich hab's im Ofen gefunden. Zufällig gefunden. Ja, das war so lecker, außer ich geh das mit. Das ist ja cool. Ich glaub ich steh mich mit. Oh. Ey. Ich brauch jetzt unbedingt wieder so einen Stein. Achso, jetzt hab ich Wasser vergessen. Ach, Mann. Das soll nicht die Tür offen stehen. Hier hast du eine Feder. Jetzt bin ich tot. Ich kitzel dich. Ey. Kitzel. Ey, ich hab dich nur mit Kitzeln. Mit der Feder. Ja. Auf COD ist das so. In Hi-Ris. Wer ist tot? Ja. Hi-Ris ist es doch so. Wosonon hat es doch gesagt. Dass er tot wird. Da stirbt man. Wenn man gekitzelt wird. Ja. Kreislauf des Lebens halt. Kannst nichts machen. Das ist halt der Kreislauf des Lebens. Man tötet. Man stirbt. Aber wir suchen zu überleben. Tomis wollen dein Gehirn. Ich füber explodieren, wenn sie mal Lust haben. So. Ähm, Cindy kannst du schon mal ein bisschen Weizen holen? Ja, ich. Und ich hab schon wieder diesen 1-Minute-1-FPS-Bug. Mann. Weizen? Ihr hört mich, oder? Okay. Nein, ich mein Samen. Ich kann Samen holen, aber Weizen haben wir irgendwie gar nicht mehr. Ja, Weizensamen. Nein. Du hast Weizen gesagt. Weizen Sand. So. Cindy, wir müssen mal hier langsam ein bisschen mehr machen, ne? Okay, ist gut. Ich bin ja schon dabei. Ich hab extra grad Spitzhacken gemacht. Hier, warte. Warte. Loll. Ich komm jetzt wieder auf 42 Sandstein. Wieso hab ich das? Hä? Ja, ich hab... Ich hab... Ich hab... Egal. Was? Es ist wahrscheinlich nichts. Es ist wahrscheinlich nichts. Was? Okay, danke. Ich hab dir grad zwei Spitzhacken übrigens gegeben. Eins, zwei, drei, vier. Dann kommt da ne... Wasser wieder. Weil Wasser vier Felder bewässern kann. Bewässern. Bewässern kann. Wir machen hier schön. Ja, das kann viel mit der Bewässern. Ich will jetzt mal gucken, was ihr da macht. Schöne, große Farm. Wir machen hier nicht so viele Farm. Ja. Aus andernes. Genau. Aus andernes. Aus andernes. Ich liebe Sandsteine. Typisch karifisch. Warum? Alter, ist das nicht übertrieben mit den Fackeln hier? Ist doch egal, wir haben genügend Fackeln. Das sind irgendwie zu viele. Wir sind rich. Ja, genau. Ja. Ach, hier sind Küffel. Nein. Ich bin gesprungen. Ja, ich stell das noch im Wörterweg ein. Mach doch nicht mal die Felder kaputt hier. Gibt's doch nicht. Ja, dann geh ich den noch. Da ist ein Kuchen gewachsen. Nur mal so, ne? Hab ich doch. Ich will. Ich hab Hunger. Ein bisschen. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Mann, Mann. Mann, Mann. Mann, Mann. Mann, Mann. Fraučkel, Lassckbrin Çikori, isch participating! Ich mach gerade, wir haben keine Eier mehr. Kebapp. Kebapp. Nein, ich undольburg wie sie stöhnen. Mann, Mann, Mann. Mach pro horas. bieg, ich bin so dumm. said to me. Was machst du denn gew�ног? Okay, der Trick und Bresour? Ich verstehe. Ich rede ca. Ich schere sehr kom slights. spontan bis nach obenート hanterlang. Ich hin zur sie mit Fינה. Du lattigst an. Mann, der Trick ist im Bauch. Hände kaum noch ein ab. was ich relativ komisch finde in minecraft ist dass man sich essen bauen muss auf der workbench das heißt das heißt wenn ihr zum beispiel goldrüstung in in den ofen reintuch bekommen wir goldbarren eigentlich können wir mal probieren nein bitte nein es klappt nicht das blacke das geht weil es nicht angefangen ist okay ich habe auf schenken wie man da benutzt hat läuft ich stehe im boden gibst du mir mal das mal in dem loch ist er jetzt schon wieder nach einer baut hier die püppchen die ganze zeit runter steckchen hier land steckchen eine sucht eine sandsucht hast du eine sandsucht wird schwer merkt man ich habe eine ananas sucht du sagst die ganze ananas ananas farm eigentlich schon aber es waren wie man da reingesteckt hat zum bauen das geht nur bei angefangenen sachen ja wenn ich jetzt mein eisennelm in den ofen kopf dann kommt das kommt wird das gebacken durch kurze eisenbaren akku die römer tag unten wandeln das reicht jetzt was ich hier mache jetzt sowieso nicht aber edles material ja sicher ja so edel ja auf dem skyblock wäre sand und erde edel aber hier aber ich habe ein video ich habe heute ein video rausgebracht wo ich jack und sind die jasse mit sind die wir haben da in 30 minuten 12 erde und ein gras gekauft und wir hatten kein geld und wir hatten viel zu teuer also ich habe das mal durchgerechnet wenn es da einsteck schwarze verkaufen das steht auch drauf was den wegschmeißen ich habe eine 50.000 erleidung also halt mal das ist eine austretung deine backen eben genau deswegen kann es eigentlich nicht selber eins zwei drei vier genau aber ohne also eier müssten dann erfahrung ja ja ich habe noch nicht alle wände also